Moin Leute, was geht ab? Ihr habt mir fleißig Fragen geschickt, die wir jetzt im Laufe des Videos beantworten. Es gibt neue Maps für 4 gegen 4 auf Hypixel und die schauen wir uns heute auch an. Hier ist die erste Map, ja. Okay, let's go! Leute, ich hoffe euch gefällt das Video wie heute, ihr könnt like, da lassen, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, die ist das, Ananas, ja. Ähm, es kommen jetzt wieder, weil es viele gefolgt haben, es kommen wieder längere Videos. Es hat zum Beispiel, ähm, Minecraft Pro gefolgt, ein ganz treuer Zufall von uns hat gefolgt, dass wir längere Videos machen. Ähm, ich spiele heute wieder mit zwei Freunden, sag zu mal, äh, 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 sag zu mal Hallo! Prost! Hallo! Ich hab, ich hab, ich hab, ich vermisse etwas, äh, ähm, 4 gegen 4. Hä, seit wann ist die andere Farbe gelb? Achso. maximálig mit. Mein le, wie du kannst währenddessen, ja. Ich hab, ich hab, ich habstars, was du witsten, das, Jaime, ne, 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 schau, ne, ne, ne. Gelb, gelii, ne, 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 negan oh ! Ich hab, ja, nie ne, ne... Ich hab, ja, ich hab, ja, ne, 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 na... Ich hab, ja, nie, ne, ne, ne. die zu laut sind, okay? Das ist wegen dem Mikrofon. Nicht zu stark. Es sind 13 Euro Mikrofon, ich will um mehr Ausrüstung kümmern. Oh man! Ah! Ich habe mich eh...ernster versprochen. Ähm... Wir werden ja auch, vielleicht bei dem Video, vielleicht beim nächsten Video schon, ähm... ein... Intro haben. Ja. Weiß uns mal Strategie heute? Ey... Wie viel wollen wir gewinnen? Gewinnen, ja. Gute Einstellung, Alter. Also, ich glaube, wir gewinnen heute vier Runden. Wir spielen nur höchstens zwei. Das geht sich irgendwie nicht ganz aus. Na, wir spielen höchstens drei. Dann ist es schwer. Wenn es lange Runden sind, zwei bis einen nur. Gelb geht immer auf uns. Ich weiß nicht, wieso? Ich gehe auf gelb. Oder auch nicht. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Zwei Künferkünfe. Mann, Alter. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Wie sind die anderen Teams? Wie finde ich es denn so mittel? Ja, ich habe... aber die haben nicht so mit Orbi. Was? Wie schreckt wohl die da. Und umdreht. Nein, die sind wirklich nicht so stark. Äh, vielleicht doch. Orbi, Orbi. Wem ziehen? Wir holen uns die Orbi, okay? Ja, ich mach mal die Pickaxe, okay? Okay, okay, okay. Ich will die Partei. Äh, Blau kommt. Bitte wartet noch kurz. Ja, Blau ist bei uns. Also ist auf der Insel. Ich hab den da runtergekommen und alter. Das ist fies. Den hat den Klipp muss ich meinem Freund schicken. Gelb hat TNT. Haben wir was anderes? Ah. Das ist ein Fettkuchen. Machen. Ernst, wir dürfen nicht mit Ernst aus. Ernst und hält nicht alles aus. Ich baue trotzdem noch einmal, dass vielleicht Gegner glauben. Und wir haben das Bett, äh, noch. Also, dass wir das Bett noch haben. Boah! Was war das? So, ähm, die erste Frage kommt... Kommt... Mann! Die erste Frage kommt von... Ihr spielt es weiter einfach. Kommt von... Mein... Mein... Was macht ihr bei... Was macht... Was macht... Was macht... Bei 15... Bei 15 Abos oder 50? Also, bei 15 machen wir gar nichts. Und bei 50 machen wir... Aber das ist auch noch richtig fix. Ähm... Wie bist du zu Minecraft gekommen? Schreibt er auch noch. Wie bist du zu Minecraft gekommen? Oder Minecraft durchspielen? Ja, das machen wir... Das machen wir schon zum 20 Abos Special. Ähm... Einfach durchs Internet, YouTube und so... Ähm... Zu Minecraft gekommen. Mich hat's einfach einmal gepockt. Ähm... Mich begleitet das Spiel schon sehr lange. Ja. Dann schreibt er noch einmal darunter... Du bist mein Favorite YouTuber. Ja. Dann... Ich wär... Also... Es haben alle gefragt... Michael Spur zum Beispiel oder... Markus Mutti haben gefragt... Ähm... Mach längere Videos. Äh... Ich... Ich sage... Es kommen längere Videos. Ähm... 9.05. W... Wird... Äh... Am Abend 20... Äh... 21 Uhr ein extrem langes kommen. Also... Nicht extrem lang, aber... Ja. Ein langes. Ähm... Ein... anderer treuer Zuschauer mit einem... Offiziellen Namen... Schreibt... Ähm... Mehr von diesen nicen Videos. Ich nenne den Namen jetzt einfach nicht. Ähm... Mit ganz viel Klett dahinter. Ja. Es kommen noch mehr von diesen nicen Videos. Ähm... Haaa... Na... Ähm... Hm... Was gibt's denn noch? Ich muss kurz die... Äh... Äh... Die Kommentare durchsuchen. Ähm... Microsoft Bro... Schreibt noch einmal. Ähm... Mach mit Freunden... Mal Microsoft Bücher. Ja, das kommt wahrscheinlich zum 20 Abonnenten Special. Wir werden morgen... Also am 10. wahrscheinlich damit anfangen. Äh... Weil das könnte eine gewisse Zeit dauern. Ja... Aber ich war... Persönlich... Ich war schon mal gut in Speedruns. Ich hab... Mein bestes Speedrunszeit war 23 Minuten. Vor ungefähr 3 Jahren. Jetzt bin ich... Ziemlich raus. Was Speedruns so angeht. Ja... Blau bauen mit Stein ein. Oder auch... Der ist wieder eine neue Map. Die ist... Äh... Ja, alles klar. Gründerlauben mit Endstone ein. Endstone... Oh, ich bin schon drin. Ich auch. Passt extrem... Gut... Zu dieser Map. Finde ich. Muss... Mein... Was ist? All diese Map? Du weißt? Endstone passt extrem gut zu dieser Map. Ja... Aber die Map ist überhaupt ganz gut. Nein! Okay, passt. Beruhigen. Beruhigen. Okay, passt. Äh... Eine Runde geht sich noch aus, würde ich sagen. Wenn nicht so... Du brauchst zwei Licht machen. Und bis jetzt haben wir noch gar keine Runde gewonnen. Ist das klar? Okay, passt. Jetzt schauen wir weiter Kommentare an. Ähm... Mindy Plot schreibt auch... Du bist aber jetzt mein Lieblings-Youtuber. Dann schreibt... Ähm... Ist nur die Schaubreine. Mega nice. Mach mehr von denen. Fast so gut wie Bastik AG. Hm... Ich weiß nicht, ob ich so gut wie Bastik AG bin. Aber... Ja... Michael Bro schreibt... Du kannst nicht fast brüchen. Ich war... Bei... Michael Sparber Part 1 war ich nicht an dem PC, wo ich jetzt bin. Okay? Bestimmt halt sogar. Ja... Und... Ja, das war alle Kontakte. Ich hoffe... Oh, ich hab das... Äh... Ihnen gefallen. Das ist... Hätte ich eigentlich als 10 Abonnenten geplant. Aber... Ja... Da hab ich den Livestream gemacht. Den kannst du natürlich noch nachschauen. Was machst du bei einem Millionen Abos? Wir schaffen das nie. Okay. Der Pre... Der Pre glaubt... Wir schaffen eine Millionen Abos. Die Map kenne ich auch noch nicht. Die schaut auch gut aus. Tag. Ich... mein alter. Dieme ist nicht überhol Die Map kann ich doch schon. Oh mein Gott, Grün ist gut. Blau nicht. Blau ist... Die Blau sind dumm. Ok, passt mal, geht's wieder. Heißt immer noch, hey, wie spät ist es? Würdet ihr sagen, als Community, dass wir als Team gut zusammenpassen? Ich hoffe ja. Ja, ich muss zu sein. Nehmen wir morgen den Speedrun auf. Wer? Wer? Grün ist da, grün ist da. Wer nimmt morgen den Speedrun auf? Du und er? Mann! Alter. Ist das Ding da? Ich glaube, er hat da die Brücke gebaut. Wir werden morgen den Speedrun aus. Mhm. Huh? Ja. Wir, wir können uns jetzt eh ausmachen, wer was macht. Also ich würde mich so um Netzer kümmern. Ey, warum jetzt, wenn das neu ist? Ja, aber ich würde mich jetzt... Ich würde es jetzt schon ausmachen. Mein Tote ist da. Cool, jetzt parkt. Die müssen wir kaputt halten. Ja, ich komme. Oh, cool. Wie alle in der Blauen Base sind einfach. Oh, ich bin sofort kaputt. Es sind alle Betten zerstört, Alter. Wir haben aber keine Chance. Ja, topgrün. Also einen von grünen. Komm, komm. Blau ist eliminiert. Wir sind nur zu zweit. Alter, Alter, Alter! Mann! Scheiße! Okay, passt. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Ihr wisst, was zu tun ist. Und... Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal! Bye!